Wie ihr die M13 in einer Minute freischalten könnt, die Voraussetzung dafür ist, einer von euch im Team muss die M13 im DMZ-Modus schon gelootet haben, geht in eine DMZ-Runde rein, airdroppt die Waffe, du hebst sie auf, ab in den Helikopter und schon hast du sie freigespielt. Und ja, für den Multiplayer und auch für Warzone.